gut bretzen was willst du bretzen? bretzen, ähm stehen da ist ein ordentlicher Hacker, der nichts angesehen ist bretzen habe ich gepusht die war es nicht musst du nicht das feld zuerst fertig? nach ganz runter? habe ich schon was soll ich dann nachher machen wenn ich die beiden wegführe oh ja komm mal in die Zeit voran ja beim Interesse kann ich auch noch nicht fahren um ich war's nicht wie sich das verstehe was ist nicht ah ja john moxley müsste dir noch etwas sagen nicht mal aber nicht john moxley sondern das ist auch nicht mehr und die waren ja so das dreier gespannen ja das schild doch gar nicht mehr aber wirklich wenn du die heftigere wrestling variante sehen willst du zur ew schon aber das ist quasi richtig so eine konkurrenz oder wwe würde sagen nein aber sagen wir mal so die zuschauerzahlen hat wwe natürlich mehr und wenn es jetzt noch populär ist aber wenn dann aber sie können gut mithalten sagen wir mal so die andere liga mein sie machen jetzt auch ein ein eine veranstaltung in wembley stadion die ww wwe war jetzt wembley ich glaube sommer slam war dort das wäre auch immer geil darüber wenn sie in england oder so seine großveranstaltung haben so die gewächsweise absichtlich so weit auseinanderbaut dass wir die paletten nehmen können das kommen wir nicht hin als das mit dem autotank ja hoffe das funktioniert lager ist leer der fehlen ist schon mal schlecht da steht blumen es gibt was anders muss man machen ich weiß nicht was man da machen soll überhaupt wer steht da dabei die güter fehlen dann blumen werden produziert in dem haus oder wir können nichts aber dann die türe öffnen aber dann kann ich rein oder was wirklich wasser das ist kurzem kein wasser ich bin mir steht null wasser echt wenn du da reingehst musst du vielleicht irgendwas aufdrehen oder so aber schau mal im menü da steht 5000 liter wasser bei mir ok dann mach du das mal vielleicht fragt doch bei mir du ja mal fragt doch ja cool wer aber automatische bewässerung automatisch bewässerung einschalten oder was ja wenn es bei dir toll ist ok jetzt sitzt bei mir 5000 liter aber hast du nicht gesagt pilze bringen viel beides 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 über 2000 ok jetzt ist bei mir auch wasser drinnen aber fehlen jetzt noch oder geht jetzt noch was oder nicht blumen fehlen steht aber die werden dann produziert die werden produziert ja ja dann fehlt aber nichts ja passt weil mir steht doch immer güter fehlen nämlich die güter güter ist das was müter ist das was rein geht raus kommen produkte da muss man vielleicht die blumen rein kaufen das macht ja kein sinn steht ja eingehende güter nur wasser ständig blumen was mit traktor gibt steht eingehende güter wasser 5000 liter ausgehende produkte blumen hat das eine ist aber auch direkt verkauft jetzt kann umschluss dann geht so steht halt blumen aber die wir dann werden es produziert wahrscheinlich ob es geht wenn es nichts produziert dann geht es nicht ja das kann ja nicht von jetzt auf gleich produzieren ja aber es steht ja güter fehlen wenn es rot ist ist die produktion gestoppt das hat sich nicht geändert wahrscheinlich echt was fehlt oder dass es mit dem wasser geht halt nicht das kann natürlich auch möglich sein dass diese automatische bewässerung funktioniert das kostet ein wasser dann ein kleiner zum sep äh warte mal der kostet nicht so viel dann könnten wir das probieren mal ein bisschen was haben wir dass wir nicht zu viel in das ran stecken 9500 ok ok das ist wenig ich glaube wir müssen dann eh auch deinen traktor ausprobieren was müssen wir deinen traktor ausprobieren? nein das steht aber eh dort in der Gegend bei dir ok ich habe ihn gelben dabei genommen weil er dort vorgespannt war und ich den schon lange nicht mehr gefahren bin also nimm ihn dir ich werde dann schauen vielleicht sind schon irgendwelche silage spiele fertig wenn wir da vielleicht zwei drei verkaufen oder so können wir vielleicht den basertank kaufen dann ja 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 das lässt du mal fahren wieder? das moderneres fahr ich erstmal wieder ja dreiviertel Ballett ist schon voll vom Schafvolle die erste ja schon doppelte schnell rauf nach rechts auf die Ziegen bin ich gespannt ob die was bringen wenn die Ziegen nichts bringen verkaufen wir es an irgendwelche Araber und außen ja wenn die Ziegen nichts bringen verkaufen wir es an irgendwelche Araber und außen genau also nicht rein machen aber wir können dann rüber transformieren quasi einfach mit der Ziegen ganz wäre dann auch noch geil wenn du fertig bist was du machen könntest was denn Damit das Saat gut, dann neben das Feld schreien könntest, dass ich da nicht mal bis zum Hinterdruck vermisse. Ich habe eine Runde gemacht, 15 Prozent. Nur noch drinnen? Na, habe ich schon verbraucht. Ach so. So, der gelbe Traktor kann nichts dazu an, oder? Der ist schraubt wert. Was sagt sie denn? Er stockt beim Retourschieben mit einem Ballentransporter. So. 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 Gut, wir sind sogar schon. Hast du nicht geschaut, wie viele Ballen wir jetzt rausbekommen haben? Ich bin noch nicht fertig. Aber nein, habe ich nicht geschaut. Ich bin noch nicht fertig? Nein, habe ich nicht geschaut. Also nein, auf die Maschine müsste ich schauen. Eben, das habe ich. Habe ich jetzt nicht geschaut. Bei mich würde dann auch interessieren, wie viel Unterschied dann tatsächlich ist. Ich würde das mal leiten laufen. Ich würde das mal können. Es 일본 wäre jetzt sehr�ацион... Ich würde das mal überlegen. Den Baum habe ich nicht weggeführt. Aber das heißt nur volle. Wer ist, na ja. Niedrischer 200 PS, auch gespannt, dass du den Berg da hoch schaffst und da ist eh auf der anderen Seite. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Das ist ungefähr genau in der Mitte. Ja, wasser ist vorhanden, das fehlt echt nur die Blumen steht da eigentlich. Ja, aber Blumen werden ja produziert. Das ist das Produzierte gut. Das die Blumen vielleicht Frage sind. Was? Aber da müsste ja auch stehen bei eingehende Güterblumen, weil wie viele Blumen hauseinander ran? Was hat man? Ja, aber es werden keine produziert. Ja, aber es werden keine produziert, darum meine ich ja, dass vielleicht die Produktionsart Blumenpacki ist. So, war natürlich auch eine Option gewesen. Kann man das umstellen im Gewächshaus dann? Dann. Das sind nur Blumen. Das sind nur Blumen. Achso, das ist nur ein Blumengewächshaus. Ja. Okay. So, ich komm dann gleich. Ich denke noch fertig. Was ein Problem sein könnte, da füllt man das nicht auf. Aber ich habe doch eins für Wasser gekauft. Achtung. In der Videospiel war's. Ich sage das. Ich fahne.